Hallo und herzlich willkommen bei Ökofehn. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie nahezu jeden Tag den Medien entnehmen können, plant die Bundesregierung bereits ab dem kommenden Jahr das Verbot des Einbaus von Öl- und Gasheizung. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral heizen. Sie haben sich bereits nach einer Alternative erkundigt und haben vielleicht auch schon einen Förderantrag gestellt. Heizungstausch war noch nie so einfach und wirtschaftlich und profitieren Sie zusätzlich von den günstigen Brennstoffkosten, denn der Pelletpreis fällt seit Herbst letzten Jahres. Im Vergleich zu Ihrer Öl- oder Gasheizung sind das ganz schnell mal 1200 bis 2500 Euro, die Sie sich jedes Jahr sparen. Denn durch die beschlossene CO2-Steuer werden die Kosten für die fossilen Brennstoffe Jahr für Jahr weiter steigen. Kommen Sie mit. Das Heizen mit Holzpellets ist die modernste Form, Holzenergie zu nutzen. Mit diesen modernen Pelletheizungen nutzen Sie einen heimischen, einen erneuerbaren Brennstoff. Pellets werden in deutschen Sägewerken aus dem dort anfallenden Restmaterial hergestellt, aus Segelmehl und Hobelspälen. Für Pellets werden keine Bäume gefällt. Und mit den Feinstaubwerten unter zweieinhalb Milligramm verbrennen diese absolut sauber. Diese Feinstaubwerte sind nahezu nicht mehr messbar. Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Heizungstausch. Profitieren Sie gleich doppelt. Einmal vom günstigen Brennstoffpreis und Sie bekommen von uns diesen modernen Heizkreisregler Wert von 600 Euro geschenkt.